Herzlich Willkommen zum Hack der Inverse und einen wunderschönen guten Morgen! Was bedeutet das Wort Hack denn überhaupt? Heute denkt man wohl meist an jemand, der oder die am Laptop sitzt und mit eher witzigem Tempo Code in die Maschine tippt, also an einen Software-Hack, der programmiert wird. Oder eben, wie es aktuell immer wieder passiert, sich in einen Computernetzwerk einhackt, also eindringend, um Daten abzuschöpfen oder das Netzwerk für eigene Zwecke zu nutzen oder gar lahmzulegen. Schade eigentlich, denn das Wort Hack hat ja zunächst eine grundsätzlich positive Bedeutung. Es bedeutet so viel wie technischer Kniff oder Trick. Wie kann ich ein Gerät dazu bringen, Dinge zu tun, die es noch nicht kann? Und auf der Hackday-Webseite habe ich gelesen, steht hier auch ein schönes Beispiel. Wie bringe ich eine Kaffeemaschine dazu, einen Toast zuzubereiten? Ja, vielleicht macht ihr das ja am Wochenende. Das kann aber auch bedeuten, wie bringe ich meinen PC dazu, Dinge zu tun, die ich für mich oder für andere nützlich finde, die der Hersteller aber zunächst nicht vorgesehen hat. Oder was kann ich mit öffentlich bereitgestellten Daten anfangen und sie sinnvoll für alle nutzbar machen? Ja, einfach mal kreativ werden. Für mich ist das Ganze natürlich im Hinblick auf Bildung, aber auch auf Arbeit sehr spannend. Wie kann ich Bildungsszenarien oder Arbeitsprozesse so verändern, dass sie erweiterte Möglichkeiten bieten? Also wie kann ich die Bildung hacken? Hack the classroom. Oder besser, wie kann ich Lernende oder eben auch Arbeitende selbst dazu bringen, kreativ zu werden und Bildungs- oder Arbeitsprozesse selbst mitzugestalten, zu partizipieren? Also selbst zu machen zu werden und nicht eine Konsumhaltung einzunehmen. Be a maker, not a taker, sozusagen. Ja, und diese Videobotschaft ist ja eigentlich auch schon eine Art Hack. Ich bin nicht live hier bei Ihnen, bei euch, sondern aus Termingründen habe ich das Video schon lange vorher aufgezeichnet. Kann aber so trotzdem da sein. Was mich freut. Und in meiner Keynote geht es um das Thema Spiel lernen mit Games, Social Media und um den gesamten Bereich Maker Education und Maker Spaces. Dazu gibt es jetzt gleich eine Präsentation mit vielen Beispielen und im Nachgang auch die Möglichkeit, zum Beispiel per Twitter zu interagieren. Was seht ihr eigentlich genau in den nächsten 20 Minuten? Ja, zunächst einen Überblick, wie sich Bildung unter dem Einfluss der Digitalisierung ändern wird und was das bedeutet für Bildung. Und dann werde ich euch einiges über Gamification erzählen. Im dritten Teil geht es um Coding, Makerspaces und zum Schluss dann um die Frage, wie man sich über Social Media vernetzen und wie man damit lernen kann. Aber jetzt viel Spaß. Ja, und schon geht es los. Spiel und Lernen, Games, Social Media, Maker Education. Die Präsentation könnt ihr übrigens auch erreichen unter bit.ly slash hackday-verse. Wer bin ich überhaupt? Rede schon die ganze Zeit mit euch. André Spang ist mein Name. Meine Texte sind Lehrende, Referent M-Learning, also mobiles Lernen. Auf Twitter bin ich der Tastenspieler. Und in der Tat war ich 16, fast 16 Jahre Lehrer an der Kaisern-Augusterschule, einem Gymnasium in Köln, habe da Musik und Religion unterrichtet, 2011 ein Tablet-Projekt gegründet und auch geleitet und zusammen mit der Stadt Köln eine Lernplattform, das Schulwiki Köln entwickelt, Bildungskongresse organisiert und war auch an der Uni tätig. Ihr könnt noch mal nachlesen unter andré-spang.de. Seit August 2016 bin ich nun Referent an der Staatskanzlei NRW in Düsseldorf im Referat 4C4, Digitale Gesellschaft, Medienkompetenz, NRW und Medienkompetenz. Mit gesamtgesellschaftlichem Blick ist da auch mein Hauptschwerpunkt. Ja, dieser junge Mann schaut in einen 3D-Drucker, zieht das Cover des Horizon Report, das New Media Konsortium. Und dieser Report guckt sich an, wie moderne Technologie, Bildung, Forschung, Lehre verändert. Und Bildung kann man natürlich auch gleichsetzen mit Arbeitswelt, denn Schüler werden später arbeiten und auch digitale Technologie ist heute überall und wirkt sich natürlich auch auf Arbeitswelt aus. Und ich habe mir hier angeguckt, die technologischen Entwicklungen, die Trends und die Herausforderungen jetzt im Hinblick auf europäische Schulen, wie das in Zukunft sein wird. Und wie sie es gehört für den Lehrer mit rot unterstrichen, hier besonders spannend, Games und Gamification werden also Einfluss nehmen auf Bildungsprozesse. Social Media wird die Rolle der Lernenden und der Lehrenden, aber auch in der Arbeitswelt die Rolle der verschiedenen Mitarbeiter und Führungsetagen verändern. Stichwort Hierarchien. Und es geht um Hybrid Learning Designs und man könnte auch sagen Hybrid Working Designs. Also das heißt, man vermischt analog und digital, das verschwimmt immer mehr. Herausforderungen, die gibt es natürlich auch. Man muss wissen, wie Technologie funktioniert, bedient wird. Da ist die Chance von Hackdays zum Beispiel auch, um hier Ängste zu nehmen und auch Dinge zu verstehen. Es geht um Blending of Formal and Non-Formal. Also formale und non-formale Lernszenarien vermischen sich. Man muss nicht extra in die Schule gehen, um Dinge zu lernen. Informationen gibt es überall. Und dann wird es recht komplex. Man gestaltet Lern- und Arbeitsprozesse als Lernender und Arbeiten damit. Im Preview der 2016 Edition, die kommt jetzt gerade raus, sind auch noch zwei weitere Schwerpunkte, nämlich Coding. Darum geht es ja auch gleich. Und Maker Education. Und Stichwort Coding. Hier in NRW haben wir ja den Medienpass NRW für Schulen. Und auch der wird nun gerade einen weiteren Schwerpunkt bekommen. Da wird es auch ganz speziell um Coding gehen. Und vielleicht gibt es ja auch mal einen Medienpass für Erwachsene. Sinnvolle Sache. Ja, hier sind sie, die Digital Natives, das Thema eingeklammert, weil natürlich nutzen sie Medien ganz normal und auch unaufgeregt, aber nicht auch immer ganz kompetent. Und da kann Schule oder muss Schule ansetzen. Links zum Beispiel die beiden unterhalten sich mit ihren Großeltern über Skype und zeigen ihnen das neueste Spiel. Rechts meine ehemaligen Schülerinnen nach Weihnachten 2014 mit den neuesten Geschenken. Und vielleicht mal ein paar Zahlen. 97% der Jugendlichen besitzen heutzutage ein Smartphone. So die Gym-Studie von 2016. Wohlgemerkt Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren. Und bereits 62% der 12- bis 13-Jährigen haben eine Internet-Flatrate auf ihrem Smartphone. Das finde ich noch viel erstaunlicher. Und schauen wir uns hier auch nochmal die 12- bis 13-Jährigen an und sehen, 91% von dieser Altersgruppe haben bereits ein Smartphone. Man sieht auch die Entwicklung über die Jahre dieser Gym-Studie erscheint jährlich. Ist das also massiv angestiegen bis 2016? Ja, deswegen muss eigentlich die Grundbedürfnis-Pyramide des Menschen unbedingt mal angepasst werden. Da muss also unbedingt noch Akku und WLAN dazu. Genau. Und Klaus Arndt wollte unbedingt, dass ich das hier nochmal einbaue. Spaß. Aber auf jeden Fall war das tatsächlich eine Frage, die meine Schüler vor anderthalb Jahren gestellt haben, als ich diese komischen Hashtags da vor die Noten geschrieben habe. Ja, kommen wir zum Gamification. Natürlich spielen, das kann man auch in der Gym-Studie nachlesen. Jugendliche mit ihren Smartphones auch Spiele. Und sie spielen auf der Konsole und am PC. Aber der Mensch ist ja eigentlich so das einzige Lebewesen, was einen Unterschied macht zwischen Lernen und Spielen. Erst wird mal ordentlich gelernt und dann darf man rausgehen spielen. Und Einstein hat dieses schöne Zitat gebracht, Spielen ist die höchste Form der Wissenschaft oder der Forschung. Finde ich, passt sehr gut, denn natürlich lernt man beim Spielen und man muss auch seinen Grips anstrengen und man muss zusammenarbeiten, um weiterzukommen. Ja, Gamification und Lernen. Wie passt das zusammen? Ich habe mal so ein paar spieltypische Elemente aufgeschrieben, die man auf Lern- oder Arbeitsszenarien auch übertragen kann. Highscores zum Beispiel oder Fortschrittsbalken, Ranglisten, Spieldesign, Kollaboration, also Zusammenarbeit, steile Lernkurven beim Spielen, wenn man gerade ein Spiel zum ersten Mal spielt, die große Motivation, die es ausübt und eben ganz wichtig auch bei Lernprozessen, die sofortige Rückmeldung, die ein Spiel eben gibt und die man vielleicht in einer großen Klasse nicht immer sofort bekommen kann. Und die Gamification versucht eben diese Elemente in Lern-Szenarien, Materialien, wie auch immer, zu integrieren. Zunächst, es gibt zwei unterschiedliche Ansätze. Einmal die Nutzung von ganz normalen Spielen, also Videospielen oder eben sogenannte Serious Games, die extra für Lernprozesse gestaltet wurden. Das hier ist ein Beispiel für ein Videogame, was ich auch im Unterricht genutzt habe. Minecraft, das ist so eine Art Sandkastenspiel, wo man einfach Welten, Gebäude, alles Mögliche erbauen kann. Auch ein ganz friedfertiges Spiel. Und ich habe hier zum Beispiel in Klasse 6 in Religion Kirchen damit gebaut. Das heißt, das ist auch ein Thema im Lehrplan, Kirchenbau. Und wir haben uns erst die Kirchen in unserer Umgebung angeguckt und dann eben das nachgebaut. Und das haben also die Schüler in Teamarbeit zusammen gemacht und dann auf ihrem Blog die unterschiedlichen Kirchen in der Südstadt in Köln vorgestellt. Oder in Musik haben sie ein Labyrinth gebaut über die Komponisten der Romantik und haben da allerlei Informationen und Fragen eingebaut. Oder in ein Projekt zum Klimawandel die Erde vor und nach dem Klimawandel bzw. nach der Klimakatastrophe gebaut. Ganz schön auch, was die Klasse 5 gemacht hat. Sie haben Lernvideos erstellt mit Gamification-Anteilen für Flüchtlingskinder, wo die eben Grundbegriffe der deutschen Sprache erlernen können. Ja, aber funktioniert das auch für Erwachsene Gamification. Dazu gibt es jetzt mal einen kurzen Film. Musik 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 Hier bin ich wieder. Ja, ich habe noch ein schönes Zitat gefunden, das da lautet, jeder der einen Unterschied macht zwischen Spielen und Bildung hat weder das eine noch das andere wirklich verstanden. Das ist von Marshall McLuhan, er war Philosoph und Kommunikationstheoretiker. Ja, und wirklich interessant ist eben genau die Interaktion beim Gaming mit weiteren Spielern über das Spiel hinaus etwa beim gemeinsamen Spiel an der Konsole oder dem Chat in Online-Spielen und die Austauschprozesse, die Austauschprozesse, die dann eben sich um die Spiele herum formieren, zum Beispiel in Foren, Spielertreffen, Messen oder anderen Events, wie zum Beispiel die Gamescom, auf der ich letztes Jahr war und was ich sehr, sehr interessant fand, eigentlich eine ganz neue Kulturform, die Erwachsene vielleicht gar nicht so mitbekommen und da auch Zugänge dann fehlen zu dieser Jugendkultur. Eben Interaktion in und durch digitale Spiele kann auf vier unterschiedlichen Ebenen geschehen, nämlich erstmal dem In-Out-Loop zwischen Spieler und Spielsystem, dann der Interaktion mit Agenten und Avataren in der Spielwelt und eben der Interaktion zwischen Spielern und eben dann das digitale Spiel sozusagen als Kommunikationsanlass zu sehen. Und auch für mich wieder ganz wichtig, das gegenseitige von und miteinander lernen, sich auf den anderen einlassen, Fragen stellen, Ängste ernst nehmen, gerade jetzt zum Beispiel Erwachsene haben vielleicht Ängste, weil das unbekannt für sie ist, was die Jugendlichen da auf ihrem Smartphone spielen oder am Computer. Aber auch die Erfahrenen der Erwachsenen wiederum nutzen für die Jugendlichen und unterschiedliche Lerntempi akzeptieren. Ja, wenn man noch nie ein Computerspiel gemacht hat, braucht man am Anfang ein bisschen länger. Geduld und Spaß miteinander haben und gemeinsam lernen. Und weiter geht's. Ja, kommen wir zu den sogenannten Serious Games. Hier ein gutes Beispiel, die sogenannten Learning Apps. Das sind Anwendungen, die ich sehr gerne genutzt habe, die natürlich speziell für Schule gemacht sind, aber ich sag mal, das kann man auch in ganz unterschiedlichen Szenarien, auch in Arbeitsszenarien oder wo auch immer, anwenden und sollte man sich unbedingt mal angucken. Man geht einfach auf die Seite learningapps.org. Das ist eine kostenlose Seite und da kann man zunächst mal Apps selber spielen, aber man kann auch Apps erstellen. Die werden also einfach im Browser erstellt. Man braucht kein spezielles Gerät. Es geht auf jeden mobilen Gerät. Und dann gibt es zunächst mal Vorlagen von Gruppenpuzzle über Paarspiel, Memory, Hangman, Kreuzworträtsel bis zum Millionenspiel. Ja, Millionenspiel kennt jeder und meine Schüler haben hier eins erstellt. Man gibt also in diese Schablone die Fragen ein. Eine Antwort davon ist dann jeweils richtig. Drei Antworten sind falsch. Und dann kann man auch das Spiel schon spielen. Hier geht es um Schwingungen in der Musik. Wie viel der QR-Code, wie auch immer, erreichen. Man kann sie in seinen Blog einbinden und in ein E-Book, was man möchte. Sehr schöne Sache. Meine Schüler haben das genutzt, auch hier, um Apps für Flüchtlingskinder zu erstellen zum Deutsch lernen und haben damit sogar Preise gewonnen. Und die Apps haben sie auf ihrem Blog bereitgestellt und dann dort verlinkt. Hier sieht man einige Beispiele. Da geht es um Grundbegriffe, Obst, Gemüse, Kleidung und wichtige Vokabeln, Tiere, Essen und so weiter. So sieht eine App zum Beispiel aus. Da geht es um Kleidungsstücke mit Audiobeispielen und allem drum und dran. Unbedingt mal angucken. Kommen wir zu dem Coding und Making. Makerspaces. Was ist denn ein Makerspace überhaupt? Ein öffentlicher Raum zunächst mal. Man könnte auch Hackerspace sagen. Also das, was sie und was ihr eigentlich nachher auch macht. Indem man sich trifft und gemeinsam Technologie ausprobiert, sich austauscht, etwas erstellt. Ja, wie gesagt, ein Hackerspace. Passt vielleicht sogar besser. Oft finden sich solche Makerspaces in Bibliotheken. Die Idee kommt aus den USA. Da gibt es auch viele Makerspaces in Bibliotheken. Ein Paradebeispiel ist der Makerspace der Stadtbibliothek Köln auf der vierten Etage. Sozusagen ein Vorreiter. Unbedingt mal anschauen, wenn man in Köln ist. Hier wird digitale Technologie bereitgestellt und man kann selbst ausprobieren oder mit anderen zusammen ausprobieren. Auf den Bildern hier seht ihr ein paar Eindrücke eines Makerspaces im Rahmen des Next Level Festivals 2016 in Düsseldorf, wo ich auch vor Ort war. Das sind Schülerinnen eines Kollegen und die haben dort so kleine Roboter selbst gebastelt und dann auch gezeigt. Ja, ein paar Maker Devices. Da oben seht ihr so ein paar Boards. Zunächst mal Calliope. Das ist auch gerade in der Diskussion ein Board nach dem Modell des Microbits, was es in Großbritannien schon gibt und dort an Schulen genutzt wird, damit die Schüler dort grundlegende Begriffe und Grundlagen des Codings kennenlernen. Und hier in Deutschland wird es also jetzt zurzeit im Saarland und dann auch in anderen Bundesländern ausgetestet an Grundschulen, damit Grundschüler auch schon Zugang haben zum Coding und um Technologie haptisch zu erfahren und Dinge damit zu erstellen. Raspberry Pi, der Klassiker, das ist schon ein sehr leistungsfähiges Board, ein Computer mit allerlei Schnittstellen. Da kann man schon richtig was losmachen und erstellen. Bestimmt kennt ihr das auch schon. Und der Makey Makey, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ein sehr niedrigschwelliges Gerät, ein Controller, den man einfach an den Rechner steckt und dann über Webseiten auch wieder tolle kreative Dinge machen kann, wie meine Schüler hier zeigen. Ganz schön finde ich auch den B-Bot. Eigentlich ein kleiner Roboter für Kinder, aber spannend finde ich auch, wie gerade dieses Gerät, wie wir immer wieder feststellen, Erwachsene fesselt und auch dann erstmal niedrigschwellig an kompliziertere Geräte heranführt. Ja, dass man dann doch mehr will. Und das ist eigentlich auch der spannende Zugang in solchen Makerspaces. Einfach ausprobieren, mehr wollen, mit anderen sich austauschen, Dinge kennenlernen. Ja, das ist schon ein bisschen aufwändiger. Auch ein kleiner Robot, der sogenannte Finch-Robot. Und den kann man also mit Scratch, das kennt ihr ja vielleicht, einer Blog-Programmiersprache, programmieren. Damit kann man übrigens auch das Calliope programmieren. Und dann kann dieser Finch-Robot in der Gegend rumfahren und man kann ihn dann steuern. Ja, wir selbst haben auch am Tag der Medienkompetenz im Landtag 2016 im Bereich Making etwas gemacht. Erstmal Erklärvideos haben wir erstellt mit Tablets zu den Themen des Tages der Medienkompetenz. Aber wir hatten auch einen Stand von der Staatskanzlei und da seht ihr auch den Makey Makey und unseren Herrn Staatssekretär Dr. Eumann, der ihn mal ausprobiert und hier mit Paprika, Bananen und Birnen ein bisschen Klavier spielt. Ja, einfach mal ausprobieren, in den Makerspace gehen und sich mit anderen vernetzen und Technik kennenlernen. Im 21. Jahrhundert braucht man auch andere Kompetenzen. Das sind sie, die sogenannten 21st Century Skills, die da heißen, die 4K, Kollaboration, Kommunikation, Kritisches Denken und Kreativität im Zusammenhang mit digitalen Medien. Ja, und gerade in sozialen Netzwerken kann man viele dieser Kompetenzen auch schulen. Man braucht sie auch dafür. Und ja, für Lehrende ist es ja immer wichtig, auch immer auf dem Schirm zu haben, dass man als Lehrender auch selber immer dazulernt und eben sich auch vernetzt und mit anderen zusammen lernt, sich austauscht. Und dazu sind Social Media, PLN, also persönliche Lernnetzwerke und der Gedanke des Teilens sehr wichtig. Ja, für mich bedeuten soziale Netzwerke und Vernetzung Inspiration und auch einfach Informationen in einem Tempo zu bekommen, Ideen selber zu teilen mit anderen und sich eben zu vernetzen. Und Twitter zum Beispiel ist da eine gute Möglichkeit. Vom Referat aus haben wir auch einen Twitter-Account, einen Fachaccount sozusagen, der auch Informationen vor allem bereitstellt, aber auch zur Diskussion, at DG NRW. Können Sie, könnt ihr mal reinschauen. Und wir haben auch Angebote gemacht im Social-Media-Bereich, zum Beispiel im letzten November, in der Woche des Respekts der Landesregierung, haben wir ein Foto- und Snapchat-Walk gemacht in den Städten Aachen, Mahl und Münster und sind da mit Bürgerinnen und Bürgern unterwegs gewesen, haben Fotos gemacht und Snaps und haben die entstandenen Werke dann noch ausgestellt und es ging eben immer drum, das Thema Respekt in Bildern oder Videos festzuhalten und über Technologie mit Menschen und mit diesem Thema in Kommunikation in Austausch zu kommen. Sehr spannend. Ja, adchat.de, das ist ein Twitter-Chat für Lehrende, den es nun schon seit dreieinhalb Jahren gibt und den ich zusammen mit einem Kollegen aus Frankfurt, den Thorsten Labig gegründet habe und wo sich also jeden Dienstag auf Twitter unter diesem Hashtag Lehrende treffen und über Bildungsthemen diskutieren. Daraus entstanden ist auch ein Buch, das die wichtigsten Themen zusammenfasst im Bereich digitale Medien für Unterricht, Lehrerjob und Schule. Ganz wichtig in sozialen Netzwerken ist eben aber auch, wie verhalte ich mich da? Natürlich gelten da zunächst mal die gleichen Bedingungen wie im richtigen Leben, aber durch die Reichweite wird das Ganze natürlich noch wesentlich spannender und ich finde das Wort Think, diese Folie finde ich ganz gut und man sollte sich immer fragen, bevor man was postet, ob es denn war, also true, helpful, hilfreich, inspirierend, notwendig und auch nett und freundlich ist. Wenn nicht, sollte man es nicht posten. Und genau das ist die spannende Frage, die eben auch die Generationen miteinander diskutieren müssen und wo die Generationen auch viel voneinander lernen können. Und ja, wenn man sich zum Beispiel mal Apps anguckt, ich habe eine Studie gelesen, da wurden 64 Android-Mobil-Anwendungen untersucht und dabei stand bei 89 Prozent dieser Apps der Aspekt des Blocken oder des Monitoring von Online-Aktivitäten der Jugendlichen durch Erwachsene im Vordergrund. Nur 11 Prozent haben unterstützt, dass Jugendliche ihr Online-Verhalten selbst regulieren. In anderen Worten, die meisten Apps fördern eben nicht, dass Erwachsene mit Jugendlichen sprechen. Das ist ja der zentrale Punkt, dass man im Gespräch bleibt, auch im Bereich der digitalen Medien und Apps und der Netzwerke und eben ihre Werte und Vorstellungen in Bezug auf Social Media miteinander teilen und sich mitteilen. Und das ist meines Erachtens eine verpasste Gelegenheit. Lustigerweise ist das, was ihr hier seht, die App RealThink, ein Beispiel, die es Jugendlichen ermöglicht, selbst ihr Verhalten zu steuern. Also einfach eine Rückmeldung gibt, wenn man was schreibt, was nicht in Ordnung ist, ob man das wirklich posten will. Und ganz spannend, diese App wurde eben gerade von einem 15-jährigen Mädchen programmiert. Ja, und man muss eben nicht davon ausgehen, dass Erwachsene sich vorbildlich online verhalten. Wenn ihr an die Hasskommentare post und auch Mobbing in Netzwerken denkt oder auch Mobbing ganz traditionell per E-Mail-Verteiler, ja, dann ist das eben auch ein Thema für Erwachsene und nicht nur für Jugendliche. Ein großes Thema also und vielleicht auch die Möglichkeit für den ein oder anderen Hack. Ja, Social Media, ein spannendes Thema. Und zum Abschluss möchte ich euch noch dieses Bild zeigen. Das ist der sogenannte Dagen H., als in Schweden am 03.09.1967 von links auf rechts Verkehr umgestellt wurde. Und es sieht zunächst mal nach einem fürchterlichen Chaos aus. Aber war es gar nicht, denn die Schweden waren sehr gut vorbereitet, haben im Vorfeld eine große Kampagne gestartet. Und das ist wirklich just der Moment, an dem umgeschaltet wird und alle die Spur wechseln und danach alles ordentlich weiter verläuft. Und genau einen solchen Plan, denke ich, brauchen wir für den Umgang mit digitalen Medien, damit wir diesen wichtigen Prozess mitgestalten können und auch alles nach guten Regeln und glatt verläuft und nicht der Prozess uns gestaltet oder gar von anderen gestaltet wird. Partizipation und Mitgestaltung sind hier die wichtigen Worte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen spannenden Hack Day, kreatives Schaffen und hoffe, dass wir uns bald live sehen. Macht's gut. Ciao. Schuss!